Klaus Simon ist Pianist und wohnt in Denzlingen bei Freiburg. Neulich hat er ein Päckchen gepackt mit 25 selbst aufgenommenen, brandneuen CDs. Die hat er einem Geiger per DHL nach Stuttgart geschickt. Wir haben eine professionelle CD aufgenommen mit Tonmeister, Tonstudio, Klavierstämmer. Wenn man die verkauft, kostet die 20 Euro. Wenn man 25 davon nimmt, kostet es 500 Euro. Der Geiger bekommt das Paket, freut sich auf die wertvollen CDs und findet ... äh ... Bremsenreiniger. Hallo? Doch, gibt's. Der Geiger gibt das falsche Paket bei einer DHL-Station wieder ab. Eine Woche später. Der Geiger bekommt noch mal das falsche Paket. Er verweigert die Annahme. Hm, wo sind die CDs geblieben? Die Sendungsverfolgung findet das Paket leider auch nicht. Also, ich hab unglaublich oft mit DHL telefoniert. Und jedes Mal ist eine andere Fachkraft dran. Man fängt immer wieder bei Adam an. Und das klang ungefähr so. Ah, hallo, mein Paket ist verloren gegangen. Dann müssen Sie eine Verlustmeldung machen. Ah, wo mach ich das? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich find das nicht. Ja, tut mir leid, ist leider schwer zu finden. Toll. Herr Simon findet zwar die Seite mit der Verlustmeldung, braucht nun aber eine sogenannte Anliegen-Nummer. Wieder Zeit für die DHL-Hotline. Wo krieg ich diese Anliegen-Nummer? Die bekommt man zugewiesen. Aber wer weiß die zu? Der hat ja den Fall bearbeitet. Drei Wochen später. Klaus Simon bekommt ein Paket, packt es freudig aus und findet ... Plötzlich hab ich die Bremsenreiniger bekommen. Und Absender und Empfänger war beides ich. Weil Klaus Simon aber keinen Bremsenreiniger verschickt hat und auch keinen braucht, bringt er das Paket zurück. DHL hat es allerdings nicht angenommen, weil er ja Absender und Empfänger ist. Trotz unzähligen E-Mails und Telefonaten, die CDs sind futsch. Die DHL kümmert sich nicht drum. DHL hat die CDs zwar immer noch nicht gefunden, versichert aber, in sämtlichen Prozessen unserer Logistik haben wir hohe Sicherheitsstandards etabliert. Trotzdem kann es in einigen Einzelfällen passieren, dass ein Paket nicht erfolgreich zugestellt werden kann. Nachricht von DHL. Die 500 Euro für die verlorengegangenen CDs wurden nun doch erstattet. Ach ja, sind die CDs wieder aufgetaucht? Nee, die sind nicht wieder aufgetaucht. Die hat wahrscheinlich der Absender der Bremsenreiniger. Falls Sie lieber Absender der Bremsenreiniger den Beitrag hier gesehen haben und zufällig ein paar CDs zu viel haben, melden Sie sich gern bei Herrn Simon. Die dünne, die Halt, die Halt und die Halt wird aufgetaucht. Das ist die Halt und die Halt und die Halt. Vielen Dank.